Flint? Sam, große Neuigkeiten. Ich geh zurück nach Affenfels, um den Flitz im Deferd zu zerstören, der tödliche Fressmonster schafft, die schwimmen lernen wollen, um die Welt anzugreifen. Ich komm mit. Was? Warte! Sam, das könnte todtödlich werden mit möglichem Todesrisiko. Und deswegen brauchen wir Hilfe. Flint, wenn du nach Hause gehst, geh ich auch. Wir reisen auf die Insel mit meinem Essens-Lieferator. Bis gleich, mein tapferer Laborpartner. An! Es hat funktioniert! Banane, Banane! Ja! Ist ja gut, wir nehmen das Boot. Da raus, da raus, da raus, da raus, da raus! Nicht zu fassen, dass meine Maschine all das gemacht hat. Das ist so wunderschön! Sind das Schrimpranzen? Flammakos! Oh, was ist denn das da hinten? Das ist nur ne Tomate. Diesen Herbst. Nein, nein! Ich ess die auch gern. Meine, nein, nein, meine Ziffer weg von meinen, nein, nein! Warum red ich mit ner Gurke? Wenn du Appetit auf Abenteuer hast. Alle festhalten! Ah! Oh nein, das Boot laucht! Ah! Ah! Und Hunger hast, die Welt zu retten. Ah! Ah! Jetzt hast du den Uppssalat! Ah! 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 Das wird kein Zuckerschlecken! Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2. Schrimpanse! Steve! Schrimpanse! Steve! Schrimpanse! Steve! Mein Name ist Turbo. Oh! Ich wünschte, ich könnte mich auch anders nennen!